Motivation sich einen Cage-Fight anzusehen, also warum bist du heute da? Es ist einfach Duell Mann gegen Mann, es ist, da muss jeder beweisen, dass ein Mann genug ist zum Gegenübersteuern, es gibt kein Werkrenner. Was ist denn das Besondere an dieser Veranstaltung hier, also warum kommst du hierher, dann nach Graz, um dir das anzuschauen, hier in Graz? Es ist eine Veranstaltung von Adrenalin pur, es ist Adrenalin pur, man hört eine Stecknadel fallen, wenn die Kämpfer anfangen zu kämpfen. Wenn du noch ganz kurz mir beschreibst, was denn das besondere Flair hier ist rund um den Käfig, wenn man jetzt mal beschreibt, wie das ist da als Zuseher, sich so einen durchwegs harten Kampf anzusehen. Es ist einfach Duell, es ist Duell Mann gegen Mann, das was jeder sehr will, gute Gewalt.